von oben vom ankommen von südostlich ja ich sie es da auch für dings aber fang auch an zu uns zu behacken der problem ist ich kann so viel reinballern wie ich will ich weiß nicht auf welcher höhen eben ich auch nicht das ist das problem das einzige was ich habe machen kann ist unterdrücken müssen wir irgendwo noch in den wäldern oder noch dahinter stecken schau mal ob ich da irgendwas sehen kann das sind infiltrieren ich bin südostlich ein habe ich getroffen den zweiten gesehen genau da schießt gerade einer hin wer auch immer vielleicht einer von euch hat ihn getroffen ich werde aus dem sieben getroffen ich muss flüchten die unterstützung schütze wurde eliminiert von hinten von hinten ganz nah bei uns aus dem nordwesten alter ganz nah alter die sind hier die sind bei uns aus dem nordwesten sind die bei uns muss mich fahndkontakt gewehrschütze 100 meter westlich scheiße boah der fang ich ja gewehrschütze wurde eliminiert nein ich habe einen gekriegt scheiße ich bin tot der ist da im haus gewesen nein der ist immer noch nicht tot ich weiß nicht eben konnte der mariachi mir aufhelfen das ist ein verbandzeug ich mach schon der gewehrschütze wurde eliminiert richtig gerne zu danken und jetzt dann wird dafür ja aber ich denke das war nur der anfang unterstützung schütze 300 meter südlich ok ich sehe da welche oben ich kann da auch nur sinnlos rein halten die gewehrschütze wurde eliminiert ja ja scheiße meine eine waffe ist komplett weg geschossen meine andere sieht auch nicht rosig aus ich habe einen getötet mit der granate also der bereich sieht frei aus jetzt laufen sie wieder unten durch den wald am hang ich muss doch eine volle waffe wurden aus welchem bereich also zwei davon sind tot zwei davon sind tot drei davon sind tot vier stück sind das ist gesammelt der ist jetzt auch gleich tot alles klar bin auch mega getroffen so jetzt kommen sie wieder aus Südosten geht ne kannst du du kannst sie gar nicht reanimieren du hast sowas gar nicht ne äh ne reanimieren geht nicht feinkontakt panzerabwehrschütze 300 meter südlich gewehrschütze 300 meter südlich da bist du gekommen ich sehe sie auch ich versuchte ich behaxe gerade mit granaten granatenwerfer alle säger hier ist der geheimnis der feind zieht sich aus dem dortgebiet zurück der landekopf ist gesichert hervorragende leistung evakuierungshubschrauber ist unterwegs bleiben sie auf position der geheimnis out ja da waren wir doch jetzt eigentlich halbwegs souverän ne ja ich habe so lange jetzt nicht alles geschehen aber ohne es einmal neu starten zu müssen also so wie beim letzten mal obwohl wir jetzt das lange nicht gebracht haben ja sanitäter ich sehe den auch nicht ich würde ja den wenigstens auch da ist er da ist er da kommt er angeflogen die nummer drei die nummer drei die nummer drei der geheimnis hier ist der geheimnis bravo der feindliche kampfhubschrauber ist außer gefecht der luchte wieder sauber so und jetzt musst du dich nur noch um die pannes kummer ich habe einen kopfschluss gekriegt ich lieh ich lieh ich lieh ich крас ganne ich lieh